Okay, wir haben die Fächten des Schildländer getragen und alles festgelegt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Das ist der Schwerber. Der Lüge bringt er heute unter. Er macht sich den Zentren allein gebleiben. Was weiß ich denn? Wir reden mit dem anderen, wir finden auch was. Okay. Was weiß ich denn? Was weiß ich denn? UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Mensch, was war das? Da bist du ja! Hier drüben! Da bist du ja! Wer ist das? Oh, verdammt! Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht mehr und so was wir hoffen sollen. Es sind sehr viele. Dann machen wir wohl diese Scheine. Verdammt, der Robbe. Wir sollen uns lieber was liefern. Und selbst denn, das dann? Ich sag's. Ich sag's. Das ist das. Ich sag's. Ich sag's. Ich sag's. Ich sag's. Ich sag's. Dafür wirst du bezahlen! 8-10 B 5 5 5 5 6 5 7 Geh drüben! Du bist da, Surel! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 UNTERTITELUNG Robert ist bestimmt da drin Gehen wir Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden Nimm die Knarre runter Haut endlich ab! Haut ab! Robert! John, hier lang! Komm, er ist da rein! Hallo, Robert! Tess, Joel Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay Scheiße, verdammt! Habt dich vermisst? Hör zu Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Affen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar Aber Es ist kompliziert Okay? Hör zu Lass mich einfach rausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem Und zwar bei uns Ich würde sagen, du hast dich verzockt Ich brauch einfach nur mehr Zeit Gib mir ne Woche Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen Ach schon, so war das doch gar nicht Wer hat die Waffen? Ich kann nicht Gebt mir ein paar Tage und... Ah! Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies Sie sind bei den Fireflies Was? Hör zu Sie sind alle so gut wie tot Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen Und was meint ihr? Komm schon Scheiß auf die Fireflies Schnappen wir sie uns Das ist ne Scheißidee Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück Wie? Keine Ahnung Wir erklären es ihnen Na dann Suchen wir die Fireflies Da müsst ihr nicht lange suchen Bitte sehr Queen Firefly Was wollt ihr hier? Geschäfte Das sieht schlimm aus Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend Die Waffen, die er euch gegeben hat Das waren leider nicht seine Ich will sie zurück So läuft es nicht, Tess Und ob es so läuft Ich hab sie bezahlt Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln Ihr macht das Und ihr bekommt die Waffen Und mehr Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht Ja, das stimmt Ich zeig euch die Waffen Ich muss hier weg Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen Folgt mir Wir müssen hier weg Sofort Wir brauchen hier Wir brauchen hier Dein Lass